Ja. Willst du auf Pizza? Ja. Scheiße, das Geld ist weg. Wer ist denn so asozial und klaut auf einer Party Geld? Ich hab das Geld genommen. Ja man, Ben will die Kohle jetzt immer schon gleich. Du gibst unser letztes Geld für beschissenes Dope aus? Das ist nicht beschissen. Hier, reiß. Kein Bock. Von China & J玄haРИ ZDF 5 Sprechen Hey Jackie, du siehst wunderbar aus. Ich nehme Brandy H. Na bitte, das wird man gerne. Ein Brandy, scheiß Brandy. Ich nehme auch rein. Hast du irgendwas, Jackie? Bekomme ich jetzt bitte einen Brandy H? Sag es ihm schon. Sag mir was. Jackie. Bist du unwiderruflich im Ruhestand? Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Ich bin voll. Jetzt bin ich glücklich. Ich bin fein ist meinem Kaffee. Vielen Dank.